David Mannett. Er hat einen Instinkt dafür, wie Menschen reden, was sie denken, wie sie betrügen und wie sie lieben. Und er hat den Pulitzerpreis, um das zu beweisen. Jetzt gibt der aufregendste Schriftsteller Amerikas sein Debüt als Regisseur. Machen auch Sie seine Bekanntschaft im Haus der Spiele. Schauen Sie sich unauffällig um und sagen Sie mir, ob Sie ihn irgendwo sehen. Ja, auf der anderen Straßenseite. Die Spieler. Jede Sekunde wird ein Dummer geboren, nicht? Und zwei Bienen ausnehmen. Für Sie ist es eine fremde Welt. Möchten Sie einen Kriminellen kennenlernen, der sein Handwerk versteht? Ja. Eine Welt, die Sie erregt und gefangen nimmt. Den Typen nehmen wir uns jetzt vor. Ich möchte mitmachen, ja bitte. Das Gefühl der Gefahr ist wie ein Rausch für Sie. Was ist schon ein Leben ohne Gefahr? Ein Mann, der auf Vertrauen setzt. Sie verraten sich. Ich verrate mich? Sie verraten mir, in welcher Hand Sie die Münze haben. Soll ich Ihnen sagen, wieso? Und er überzeugt. Lassen Sie dem Mann nicht aus den Augen und sagen Sie mir, ob er mit seinem Ring spielt. Er nimmt Sie in Besitz. Wollen Sie mit mir schlafen? Er nimmt ihr alles. Das Spiel. Spielen Sie mit oder nicht? Regel Nummer eins. Sagen Sie nie freiwillig was. Verschwiegenheit. Auch wenn Ihnen etwas seltsam vorkommt. Immer schön den Mund halten. Regel Nummer zwei. Haben Sie eine Ahnung, was ich eigentlich will? Kontrolle. Sie wollen, dass jemand Sie besitzt. Jemand, der Ihnen eine völlig neue Welt zeigt. Regel Nummer drei. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktioniert. Irreführung. Wir haben die Schwachstelle noch nicht gefunden. Regel Nummer vier. Polizei. Keine Bewegung. Selbsterhaltung. Ich muss hier auf jeden Fall raus. Regel Nummer fünf. Alle anderen Regeln vergessen. Wir haben 80.000 Dollar verloren, die wir uns bei der Mafia geborgt haben. Wir waren in dem Augenblick erledigt, als du das Weib hier angeschleppt hast. Im Haus der Spiele gibt es niemanden, dem man vertrauen kann. Wer hat denn die verdammte Polizei geholt? Nicht einmal sich selbst. Lindsay Krauss. Joe Mantegna. In David Mamets Haus der Spiele.